Da hab ich noch was Interessantes gesehen in der Zeitung, das wollte ich Ihnen mal zeigen. Spannende Entdeckungen. Schauen Sie mal, was fällt Ihnen auf dieser Seite auf? Ja, das ist natürlich einfach, wenn du direkt mit der Kamera auf den Ausschnitt gehst. Ja, da bleibt die Wahl ja nicht besonders schwer. So. Worauf würden Sie zuerst gucken? Nein, natürlich. Knackpo. Ja. Knackpo. Glatt, straff und sexy. Ja, täglich nur 5 Minuten Muskelformung, Weltneuheit, US-Buddy-Maschine nur 77 cm lang. Aber darum geht es gar nicht. Uns geht es hier rum, meine Damen und Herren. Darum geht es uns natürlich. Ja. 400 unbekannte Hitler-Fotos entdeckt. Ja. In einem Nachlass sind 400 unbekannte Hitler-Fotos entdeckt worden. Und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben natürlich komplett alle diese Fotos aufgekauft. Und haben uns gedacht, ja, haben uns gedacht, das ist toll, auch mal eine schöne Aktion, um Ihnen das zu zeigen, was da für super Fotos dabei sind. Hier, brandneu Hitler-Fotos entdeckt. Schauen Sie, das hier kannte bisher keiner. Ja. Ja. Oder auch gut, haben Sie das gewusst? Ja. Völlig neu. Das gefällt mir auch sehr gut. Man wusste so vieles nicht über sein privaten Leben, oder? Ja. Man wusste einfach vieles nicht. Oder kannten Sie das hier? Wer ist kein Teletubby? Tinky Winky, Lala, Erwin Rommel oder Po? Die Frage ist auch nicht so einfach, oder? Wer ist kein Teletubby? Tinky Winky, Lala, Erwin Rommel oder Po? Aber was ich überhaupt nicht wusste, war das hier. Hätten Sie das gedacht? Ja. Und noch viele mehr. Ah, 400. 400 neue Hitler-Fotos. Das ist super, oder? Können Sie sich vorstellen. 100.000 rufen. Ja. Ja. Ja.